Eine herzliches Willkommen hier wieder zurück bei South Park Und dieses Mal gehen wir hier mal weiter hier Kann man da rein? Ne, kann man nicht Ähm, wie kann ich ihn überwinden hier? Kenny, ach ja, Kenny Ähm, du kannst ja, ne? Du kannst ja bezirzen Warum nicht? Warum nicht? Achso, ja, ich weiß ja Guck mal, da ist der Ne Äh, vielleicht da? Ist er jetzt tot? Oh scheiße, die hätten da alle drunter stehen sollen Ah ja Jetzt haben wir aber nur noch Zwei, gegen die wir kämpfen müssen Der andere ist ja tot Mann, mit dem Blocken ist immer noch So ein bisschen, ja Rotschopfschlag, ach sehr schön Das mit dem Blocken ist immer so ein bisschen Ach, tricky würde ich sagen Ähm Was machen wir denn hier? Ähm Ich würde ganz gerne erstmal den hier beseitigen So, schlagen wir den Zack An der Powerattacke Oh, ich bin angewidert Ach Gott Die sind so eklig, ey Zack Das sind verliebt gemacht Ja Zack hier Voll in Arsch Äh Äh Was glaubst du denn hier? So, mit dem Hammer des Noobs Will ich dich jetzt hier Von deiner Rüstung befreien Dankeschön Ähm Und Kenny wird die schon Hier bezaubern Zack Ach, schade Ja Aua Ja, ich glaub Butters ist eigentlich Besser Finde ich Weil der kann ja heilen So Zack Einmal Ähm 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 Begleiter tauschen Ich würde gerne Butters nehmen Ja, tschüss Kenny Tut mir leid Ist ein guter Tag zum Sterben Ach du Scheiß Was hat er denn jetzt vor? Bin ich jetzt Ja, ich bin jetzt dran Ähm So Zack Ach, der hat schon wieder So ne Rüstung reingemacht Ja, aber Butters Heile mich doch mal Erstmal Oh Kannst ja jetzt mehr heilen Ist ja schön Ist ja sehr schön So Butters Und Boah Was hat der denn für ne Rüstung schon wieder? Rotchop Ach Du bist wirklich ein Feigling Ganz ehrlich Ah, jetzt hau ich dich kaputt Ne, keine Gnade Wirklich keine Gnade Zack Ein Schlag Kapputt Kapputt Oh Es ist nicht Zeit Um zu spielen Dungeons & Dragons Und Besonders Er wird nie In hierher kommen Weil um die Tür zu öffnen Du brauchst den Gold-Key Und der einzige Weg Um den Gold-Key zu bekommen Ist indem du den Silver-Key zu bekommen Okay Und auch wenn er ein Brass-Key hat Macht die viel schade Macht die viel schade Oder was ist das denn? Oh ja Klingt gut Stark gegen Rüstung Das sehe ich sinnvoller als ein scheiß Bogen Find ich Find ich jetzt Ist jetzt meine Meinung Basement kann man nicht rein Schade Das ist der Principal Der Belebung Ja Ikes Liebeszeit Oh Ike Du bist aber süß Ganz ehrlich Ähm Geld Flip-Action-Figur Was? Schon wieder Kotstulle Abstimmung Ah kennt ihr ja Ne? Auch aus einer Berühmten Southpark-Folge Kotstulle Und noch sowas Ähm Ihh Da ist aber einer gestorben Ja Da ist wirklich einer gestorben Ähm Haben wir jetzt denn den Schlüssel oder so? Oder äh Ne da habe ich einmal Geld vergessen Nein Hallo Äh Ja Achso ich habe den falschen Knopf gedrückt Einmal Geld vergessen So das geht doch mal gar nicht Ne Habe ich denn jetzt alle ausgeraubt? Oder Habe ich jetzt irgendwas vergessen hier? Da 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 geht es nicht mehr Weiter Da ist alles schon Zu Vielleicht Muss ich ja jetzt irgendwo anders weiter Gucken wir mal Hier Messingschlüssel Aha Eieieieiei Was habt ihr denn hier? Mein Gott Äh Wie geil Schade dass man die nicht Äh Schon so töten kann Wäre gut Aber Geht nicht Ah Sehr schön Ey ich habe einen Furz hier Ich habe einen Furz Bam Zack So schnell geht das hier Äh so schnell Ja Ja Brauchen wir gar nicht groß kämpfen Ja Brauchen wir nicht Brauchen gar nicht groß Das Scherbe auch schön Bringt mir die Einfach mal einsammeln hier Zack Der ist auch schon kaputt Der ist Oh da ist einer mitgestorben Ja sehr schön Ist das Ist das ein Lieber Oder Hallo Boah Ach Kenn mich mal gegen dich Scheiß drauf Das ist immer so eine scheiß Gangaufsicht Einer Mein Gott Du mal mit deiner Verzögerung Beim angreifen So Lär ich dich mal mit so einem Völkerball ab Achso Ach der andere Ich dachte schon Der Steht jetzt wieder auf Das wäre ein bisschen doof So Zack Rüstung ist schon mal kaputt Ne Hab ich geglockt Aber dann setze ich mal meinen Hammer Des Noobs ein So Scheiß drauf Ey Fick dich So Und Butter ist nochmal drauf Dann müsste er eigentlich tot sein Oder Ja Schön Dankeschön Ein weiterer Sieg für die Guten Ziemlich schwer verletzt Ja Gut Gut Was hat er denn Geld Mana Trank Ja mein Lord Ich bin kein Lord Francis Was ist denn Francis Bild von Mr. Atlas Verlobter Oh geil Oh geil Finstiger Fister Boah wie geil Oh Fremder Bändiger Dedo Was soll das denn sein Dedo sieht aber komisch aus Ach die Lehrer Die Lehrer Die Lehrer haben es Ja Ja Sehr schön Das sieht die Lehrer auch Hier kommt mir erst mal das Bild Ja die Lehrer mit ihrem Dedo Hintertürchen Kitzel Auch ein schöner Dedo Ach Ja Der sieht doch mal geil aus Der Hammer Dedo Boah geil Das sieht so geil aus Junge stöhnt Hä Wieso stöhnt der Hat der Rondelo reingekommen Oder was Ja Dann mach mal Helft dem Ach ja Der Silberschlüssel Öffne Mackies Büro Aha Sehr schön Ja 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 Äh Das mit dem Dedo Das fand ich jetzt schon wieder Krass ne Äh Dildos in der Schule Naja Was sollen solche hässlichen Leute auch mit Äh Dildos ne Äh Wie wo ist denn der Was ist das denn hier Textmarker Äh Welchen brauche ich hier für Silber Aha Für den Kanzler Och Scheiß auf Nachsitzen Mein Gott Ihhh Schamahre Oh Gott Ach Gott Ach Gott Ach Gott Ach Gott Das ist doch wohl Anhänger Stärke tragen Immer schön Chili da Aha Och Ne Kaffeetasse Intel Gelingt Ach Gott Ja Hab ich nicht verstanden Äh Wo ist denn der schöne Goldene Schlüssel Geld Ach da Oh Mehr Ich seh den Ich sammle erstmal das hier mal ein Erstmal alles hier klauen Ah ne Äh Cool So Schießen Du Da haben wir den Schönen Schlüssel Ja Ja wir müssen jetzt Befreien Den Cafeteria Aber Ich ahne was kommt Mr. Mackay hat ja gesagt Wenn man den Goldschlüssel hat Ne Ähm Dann kommt ein Boss Ne Und den würde ich ganz gerne in der nächsten Folge In Ruhe bekämpfen Ich bin aber gespannt was das für ein Boss sein wird Ne Es ist wahrscheinlich Mr. Mackay gegen den wir kämpfen müssen Da bin ich nochmal gespannt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder